Einz auf Berg von dir, Huhn kommt dann auf uns zu, Frau. ja dann knallt sie ab da ist noch ein zweiter was da gell weil der andere hat geschrieben er ist im Hangar ja dann mach den ja warte dann geh ich da mal hin mit dem Hammer steck mich 1 Meter Down Chopper der Oman ist auch noch beim beim Hubschrauber ist auch noch oben ja hat er in der Waffe? hab ich nicht gesehen ich geh mal hier vorne ich geh jetzt mal hier vorne hoch gull ich mal den beim Hubschrauber oben ok friendly oh ich hab'n geil ich hab'n großen Backpack oder? ne medium scheiße naja immerhin ist er ist er das ist bestimmt ausgelockt er schreibt aber friendly oder bist du das? ja das bin er oh geil wir schuld ihr you friendly mhm warst du schon oben auf der Kuppel? na ne ah wie ich mich erschreckt hab hast'n? ja was hat er gehabt? ne also shoot'n you friendly hm ah wer klingelt denn jetzt? warte mal Facebook ich hab'n ab einer da ist bei uns da so ich hab'n ab of'n gefunden wo? am moosberg ich nehm's damit wo ist sie? ich bin in dem gebäide hinter dem Hangar gehst du grad die Stimmung aufhören ja 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 ich seh'n ich grad vor dir bin ich Das sind Notwahl jetzt schon. Das fehlt. Danke. So. D2 jetzt zählen. Wo sind sie denn? Moosbeck hat 8 Schuss, ok. Dann spawnen die vielleicht alle da im Norden. Da ist gerade einer reingegangen, in das Gebäude, wo du als erstes reingegangen bist. Hinter und ab steht jetzt ein Hubschrauber. Ok. Der hat aber einen großen Rucksack, was ich gesehen habe, offen habe ich nicht mehr gesehen. Ok, gut, dann gehe ich links jetzt um das Gebäude rum, wo du gerade stehst und guck da mal. Der hat aber offen, jetzt siehst du. Der ist hinten ab und rausgegangen, ja. Also der ist jetzt da bei dem Gebäude von dem Helikopter, oder was? Ich denke, bei dem Helikopter. Es kann sein, dass der rechts vom Helikopter 4 kommt oder wieder links irgendwo. Ah, dann renne ich ganz links außen rum, ja. Ok. Hier ist aber ein Zombie. Scheiße. Jetzt ist er beim Hubschrauber. Beim Hubschrauber ist er aber ein M4. Ja. Scheiße, den müssen wir auf nahe Entfernung. Versteck dich einfach. Ja. Ich bin jetzt quasi gegenüber vom... vom Tunnel. Hier, da rennt einer beim Tunnel rum. Auch. Ok, dann sind sie zu zweit. Ja. Ja, ist sicher. Der hat aber keine Waffen und nix. Der hat ein Small Backpack. Ja. Ich weiß halt nicht, wie ich näher dran komme. Ich bleibe jetzt einfach bei den Panzersperren. Der andere wollte ihm gerade schießen. Der andere wollte ihm gerade schießen. Super. Jetzt sind sie beide. Ja. Super. Schossen? Ne, ich habe noch gar nicht geschossen. Bleib da einfach, der kommt doch gleich. Oder jetzt lootet er. Der hat nix zu blooten, glaube ich. So, jetzt... Tunnel geht rein. Jetzt ist er zurück zum Tunnel oder was? Er geht in den Tunnel rein. Er ist im Tunnel drin. Ok. Ich gehe trotzdem mal hin rum. Ist er immer noch im Tunnel? Ja. Ich sehe ihn noch. Nein. Er kommt raus. Er schaut gerade einmal dumm aus dem Tunnel mit dem Fernglaschen. Ja, ich bin hinter dem Baum. Hinter dem Helikoptergebäude. Mich hat er wahrscheinlich gesehen, oder? Ja, gut. Er ruft jetzt um. Beim Zaun. Er ruft jetzt um zu dir, wenn du beim Baum bist. Ja, aber er sieht mich nicht. Jetzt geht er nach vorne. Oder? Ja, ja, ja. Dann kriegst du ihn vielleicht. Das ist ein Depp. Ja. Ist er da bei dem Militärfahrzeug? Jetzt... Jetzt er beim Militärfahrzeug? Du, bei der ATV? Ja. Ist da schon wieder ein anderer da, oder was? Nee. Ich bin nicht beim ATV. Der ist vorne. Und der kommt jetzt zu dir mit dem Fernglas. Oder zu mir. Nein, er geht jetzt wieder hinterher. Er geht jetzt wieder hinterher. Nein, er kommt jetzt vierer. Ich komme jetzt von hinten. Greif an. Ja, ich habe geschossen einmal. Aber ich habe ihn nicht erwischt. Mich hat er. Mann, schießt das Ding langsam. Ich schieße das Ding. Ja. Hast du ihn nicht erwischt? Kann sein, was ist denn? Ich habe ihn ja mal erwischt. Ja. Na gut. Das war ja noch. Ja. Vorhin war bei dir Nacht. Da. Gestern. Ja. Ja. Basiskommunen sind da. Da rennt er noch unten. Da hast du gleich eine Probe zu. Da unten rennt er noch. Ist gerade in das Haus reingerennt. Gell. In welches? Okay. Rechts ist er reingerennt. Also weiß nicht, ob er jetzt da... Was für ein Haus? Ja. Unter uns direkt. Mit den blauen Randhomen. Ach. Okay. Die Baracken. Ja. Baracke. Ist der Wahnsinn, was da los ist. Ja. Deck mich. Gell. Ja. Fertig. Spass. Hier. Es tut mehr als die Dings verhauen. Was? Ah ja, die... Ich will nen Headshot. Jetzt ist er um. Haben. Ich hab's gesehen, wie er rumgefahren ist. Gut, ich versteck mich. Hat der Waffen gehabt gehabt? Ja, er hat Waffen gehabt. Ist der denn was rausgegangen? Das ist ein Barack noch da und auf, oder? Ich weiß bloß nicht, wo ich mich hier verstecken soll, Alter. Weil ich musste ja auch Feuerschutz geben. Und ich hab hier keinen Baum, um mich zu verstecken. Der ist hinter den Sandseigen, ne? Wo ist der Tode? Ja, der Tode. Der ist ja aus die Baracken-Aussicht, oder? Ja. Die hat er mitgeloadet. Oh cool, ein PC. Ich muss hier bei dem Baum bleiben, das ist scheiße. Oder vorne bei den Steinen. Das ist so ne geile Waffe, das Ding. Ja. 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 Ich bin jetzt der Roma bei dir, gell? Ja, ich häng da in dem Busch rum. Also bei dem Baum. Ja, ich häng da in dem Berg hoch, oder? Ja, ich bin eh vor dir. Berg. Ah ja, sehe ich ja. Aber es ist halt so offen. Ja. Ja. Aber wir wollen ja eh nicht weg. Jetzt sind ein Flugfeld, sie sind hochgegeben, da hab ich auch nicht drauf eingreifen, weil ich auf der höchsten Stelle rumstehe, auf der Spitze. Was war dann? Nix aus dem Schnee. Also wenn da unten ein Band, wo ich gespawnt hab, dann siehts einfach da schon, ja. Torin da unten, Torin da unten. Wo? Da, wo er uns. Aha, gut. Ja, euch sehen. Das war derselbe, das war derselbe. Weil der ist durchaus so vorsichtig gegangen, ne? Vielleicht hat er wieder Loot mitgebracht. Sehr gut. Bist ein guter Spotter, Simon. Ja, die spawnen hier überall wahrscheinlich. Die Bars ist auch, weh? Ja, kann ich auch gucken. Aber halt nicht so toll sind die Bäume dazwischen. War er ja da bei dem Baum, oder? Mhm. Ja, mit dem Hammer hat er mitgehabt. Sehr gut. Macht trotzdem Spaß. Ja, das senkt euch die Foto. Ja, das ist scheiße. Aber den Schuhsorbit ist da zum Beispiel nicht gehört. Auch bei mir war es laut, aber das ist halt ein Bug bestimmt. Naja, das war meistens noch ein bisschen bis. Ich hab irgendwas gehört. Wie ein Zombie. Wo ist der Zombie? Ja, ich hab nur so ein komisches Geräusch gehabt. Wie, als wenn ein Zombie kommt. Kommt wird. Hm, seh dich. Lass mal Helmut tauschen. Der passt eh besser zu dir. Das ist ein Mask, auch noch. Ja. Da ist ein Schwerze. Ich glaub da rind ich wieder, auch noch. Die ist für das Blaue. Ja. Wo denn? Nein, ich sehe keine. Wenn das Blaue auf uns zieht sonst. Hast du das auch, oder was? Von Senderhäusern? Oder hast du so einen Logitech? Das ist Logitech. jeder wird geschehen wo komm weiter rechts zu mir was die kugel und nennt der kugel rechts ist dahinter gebäude den trainern schießt es da steht auch noch mal bei der sonne kollektoren den kannst du da treffen ich seh das ist eine kollektoren die was ich sehe gar nichts ich sehe den helikopter landeplatz jetzt sehe ich ein das ist ein zombie ist scheiße von hier ein helikopter landeplatz hast du gesehen wenn du da um mich schaust ist wieder so ein paar ratte ja aber da ist ja keiner drin nein jetzt ist ja keiner mehr drin aber das waren die sonne kollektoren sind so schräg gestanden da ist einer hinten ging ja wollen wir nicht runter gehen oder warten wir hier lieber noch gehen wir da lieber zu dem baum hin schweb schön werde wenn noch einmal in den turm reingehen wird was schön wäre wenn einer in den turm reingehen würde schaut natürlich ob die mühse ja heute geht ein stück links um jetzt die füße noch mal kurz soll ich da auch hin besser ist es oder ja ja Ja, das hat sich doch nicht nach einem Sniper-Schuss angehört, oder? Ich weiß auch nicht, wo der hingeschossen hat, ursprünglich. Vielleicht oft Zombies? Wenn er da beim Sonnenkrieg noch mal gesessen ist. Halt wie idiotisch, wie ist der da runtergekommen? Häcker vielleicht? Hinten ist er wieder gegangen, hinter der Baracken glaube ich. Was für eine Baracken und von wo? Da ist ein Satellitenschießraum noch auf den Dach. Ja, okay. In der Terra ist, ist an der vor links nach rechts rennt. Jetzt zeigt mir erst auf der rechten Seite einen Vierer kommen, wenn's wo ist. Oder er geht in die Baracken rein? Ja, ich seh ihn. Scheiße. Kommt's Vierer bei der zweiten Baracken rechts daneben. Sank's am Vierer. Ne, der lockt sich aus, der ist hier links. Ne, der kommt jetzt von rechts. Scheiße. Das hab ich versaut. Haben... Ja, bei den Sandsäcken ist er. Von dem Helikopterlandplatz links. Ja, das ist links. Ja, das ist links. Ja, das ist links. Ja, das ist links. Scheiße. Ja, bist du irgendwo dabei? Ich hab' ich gesagt. Ist sonst gut. Ja, ne. Mich ärgert, dass ich ihm den Schuss versaut hab. Das wär' so gut gewesen. Aber mein Luftanhalten... ...war ausgelaufen. Ja, gut, Sir. Ja, macht ja nix. Normalerweise soll man ja eben uns zielen. Aber das ist halt hier anders da als in anderen Spielen. Das ist ein Ungeklagischer. Das ist mehr bissel Beschützung. Ja, ja, klar. Guck ich da runter. Da sind keine Zornpässe. Ja, weil im Moment kein Spieler drin ist. Ich seh' dich laufen. Genau da bei den Sandsäcken. Da hinter oder oben drauf muss das Zeug liegen. Jetzt sind links in der Halle Zombies gespawnt. Das ist auch ein Zombie hinter dir, ja. Bring mir ein Large Backpack mit. Der hat's, oder? Hat er was gehabt? Ich hab' noch keinen Large Backpack. Ich glaub' du ja ins Game guckt. Ach so. Doch, hab' ich schon. Vergiss' es. Body Armor, paar Mal. Mann, ich hab' gleich Schwimmtrainings. Fuckt mich ab. Du kannst heute Abend nicht weggehen. Wir tun heute Abend diese Sniper-Mission. Mission. Was hast du für Training? Weiter. Schwimmtraining. Graulen. Lernst du schwimmen, oder? Ne, ich kann schon schwimmen. Aber ich kann nicht professionell graulen. Anständig. Lange. Ich hab' jetzt das Gefühl, dass da irgendeiner kommt und dann mich flankt hinten vom Felsen. Ja, ich schau' nochmal kurz zum Held auf. Dann, ja, wieder probieren wir. Mhm. Nix da. Aber auf den Steinen sieht man mich doch auch voll gut, oder? Naja, wenn's links, hab ich die Fost nicht gesehen. Ich hab' mir aufgeschaut mit Fernkassel. Ja, aber ich lieg' grad. Gar nicht. Weil wenn ich lieg', dann seh' ich ja nix. Ja, das ist das Problem, dass man an Ruhi schauen kann, gell? Ja. War'n irgendwo eh nicht schlecht, ne? Mhm. Ach so, schlechtes Spiel gar nicht gemacht. Schlechtes Sinne. Mann. Ja, warte, bis die S fertig rauskommt. Bis der S fertig ist, dann. Weiter. Ja, ich hör' dich schon. Ja, ich hör' dich schon. Das hat man wenigstens ganz gut. Hier, ich trinke mal was, gell. Hast du hinter uns geguckt? Ne, schon. Wer weiß? Ich let's hier drin nicht. Da, wo. Wo? Da, wo. Da, wo, wo. Da, wo gestern gestorben sind. Da renkt es nur dumm. Die wird jetzt da noch auf meine Basis einer kommen irgendwo da. Oh, super, ja. Ja. Okay, gut, ich leg' mich mal hin mal kurz. aber ich sehe noch keinen am eingang aber doch nicht bei dem aber wir sind doch gestern aber nicht dass sie auch über den berg hoch geht sie ist noch recht kräftig man ja siehst du die noch jeder geht außenrum ich glaube ich habe den außenrum gesehen dass hinter der halle kann das sein natürlich um zu mir gewesen wo man ist ja sehe ich sehe ich wäre es auch bewaffnet ja soll ich den abknallen wenn ich kann aber der hat nur ein hammer ich hätte abknallen können aber die position wegen dem hammer ich knallen er ab wenn ich eine bessere position habe der geht dann eh rein soll der für uns looten hier läuft immer noch oben am berg und guckt das sind zwei ja der andere will den jetzt aber wahrscheinlich luden weil der war voll equipped den den ich abgeknallt habe der war voll equipped war sie noch der andere rennt jetzt nach hinten sicher sicher mit dem berg auf den zu verstecken beim baum siegste von der gruppe wochen wochen den typ sollten wir aber looten ja ja warte aber ich meine gut er hatte ja nun hammer der wollte der von dem anderen wahrscheinlich irgendwas bekommen ja ich sehe den oben auf dem berg aber jetzt versteckt er sich da in dem busch und jetzt habe ich die kuppel davor jetzt wird es gleich auch dunkel willst du nicht einfach hingehen der hat auch eh nix ja ich guckte auf die leiche dass den keiner looten und beschützt sich dann halt wenn der hammer spaß kommt hat man spaß und der du wirklich einen hammer haust der hat nur einen hammer weiter eh ich sehe ihn immer noch laufen der vogel ja der fuhr beim baum ist er er läuft weiter nach rechts hinter der halle gerne geh du den anderen schön mal looten bevor das jemand anders der macht der fuhr ist dann was ist wenn du da wirklich zu fahrteams bist zum beispiel wenn du zu viert bist ja super du hast zwei snipern und jeder jeweils einen beschützer mit ihm oder einen kaut du bist gegenseitig bewogst zum berg jeder schaut immer zum anderen berg um jetzt geht er zurück zur leiche geht er zurück jetzt habe ich ihn kurz verloren warum ach ne wo ist er denn ich habe ihn echt verloren muss man im fernglas gucken ok aber die leiche weißt du noch wo sie siehst du noch ja ja klar sobald du zurück bist müsste ich mal gamma hoch stellen oben ist ich dich sehe ich aber gerade nicht ja du rennst in die richtige richtung bei dem busch liegt er hinter dem busch ne war doch ja genau genau ich bin auch nicht nehmert achtung hinter dir hinter dir sauber das war der kumpel von dem weißt du damit er dem das sagen konnte ist da noch einer weiß ich nicht nein ich habe auch nicht geschossen brauchst dir keine gedanken machen bin auf dir drauf super simon weiter links auch noch da vielleicht kommt noch einer mit dem hammer da hat er gedacht er könnte dich anhämmeln kommst du zurück ja ich sehe dich nicht hinter der kuppel aber egal ich glaube die linken hat weiter die leichten ne ich sehe sie nicht mehr naja weil der sling beim 6z die leichte hat schweiz aufgrund dass einer von uns kommt naja der hat um seinem kumpel zu sagen hier jetzt lootet er jetzt kannst du ihn hämmern da ja aber nichts war's Herunter person